Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also die Geschichte im Video geht so, dass sich eine Parade bildet, eine Parade von Leuten, die das Leben betanzen und befeiern. Wenn man darüber nachdenkt, dass das Leben begrenzt ist, dann kann man es besonders spüren. Das ist die Grundidee. Und ich glaube, je intensiver man etwas erlebt, natürlich wahrscheinlich umso wertvoller ist der Moment. Ja, es ging uns eben darum, dass es mal ein anderer Sound ist, auch für Zweiraumwohnungen ein anderer Sound. Es hat halt sehr viel Trommel. Es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Beat. Eigentlich auch ein komischer italienischer Funkbeat, den wir uns entliehen haben. Das ist kein Teampark und das ist nicht der Marz. Das ist nur die Straße und das war's. Also den zwei Achter. Das mit diesem Paar ist zu viel. Also das ist Anka in die Mitte mal. Und die Regisseurin. Das ist Anka, die großartigste Anka. Die geht einfach ein bisschen weiter als andere Leute und ich glaube, das passt auch zu uns. Was wir erreichen wollen, ist, dass die gesamte Marienstraße die gleiche Bewegung macht. Es ist ein sehr, sehr einfacher Tanz. Den kann ich sogar. Noch nicht. So. Also ich muss sagen, das Unplanbare, was bei diesem Dreh wirklich, wirklich unser Leitsystem war. Ich war nicht einen Augenblick beunruhigt. Und das war ziemlich aufregend, weil es wurde alles so heute an einem Tag im Prinzip dann so gestaltet. Es war schon toll zu sehen, dass einfach eben Sachen, die nicht geplant sind, total gut funktionieren. Und das war schon.